So Leute, an dieser Stelle von mir eine Art Reaktionsvideo auf einen Bruder, der ein Video hochgeladen hat, in dem er für sich proklamiert, dem Zuschauer den wahren Weg zur echten, tiefen Selbstliebe zu zeigen. Ich werde den Herrn nicht nennen, denn ich kenne ihn nicht gut genug und ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ein korrekter Mensch ist und deswegen möchte ich ihn jetzt hier nicht verunglimpfen. Aber das dort Gezeigte ist leider stellvertretend für den ganzen Unsinn, für die ganze Lügerei und den ganzen Quatsch, der im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, auch im Bereich Psychologie und im Bereich Selbstliebe und so weiter im Internet so verbreitet wird. Und mit diesem Unsinn muss endlich Schluss sein, denn alles, was dabei rauskommt, alles, was das produziert, sind psychische, instabile Wracks, die am Tag X zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und das ist genau das, was Menschen, die sich eigentlich mit so etwas beschäftigen, weil sie den Ausweg suchen aus ihren existenziellen Krisen, wirklich nicht brauchen. Solche Inhalte zerstören Menschen, die sich darin verirren, die sich davon einfangen lassen, über weitere Jahre bis Jahrzehnte ihr Leben, weil sie nicht vorankommen und sich nur weiter im Hamsterrad drehen. Ganz allgemein stellt der Bruder in seinem Video zwei Hauptthesen auf, nämlich Selbstliebe ist eine Entscheidung und wir sind liebenswert, gerade trotz all unserer Fehler und Macken. Beide Thesen sind natürlich absoluter Unsinn, der jedem mit klarem Verstand einfach nur vor den Kopf schlägt. Und das ist auch nicht der wahre Weg zur wirklichen tiefen Selbstliebe, wie es derjenige behauptet, sondern es sind nur weitere Durchhalteparolen, es sind Motivationsreden und die führen letztlich zu nichts. Begründung, wenn Liebe tatsächlich eine Entscheidungssache wäre, dann wäre die Scheidungsrate sehr viel geringer. Natürlich ist Liebe keine Frage der Entscheidung. Man entscheidet sich nicht dazu, jemanden zu lieben. Das ist absoluter Unsinn. Das geht schon in den Bereich der Verlogenheit und der Sophisterei. Ich entscheide mich, meine Ehefrau zu lieben, die mich betrügt. Ich entscheide mich, meinen Vater zu lieben. Ach, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es doch überhaupt keine Familienprobleme mehr. Wie kommt man auf sowas? Das ist Rattenfängertum. Das ist den Zuschauer emotionalisieren und einwickeln. Zweite These. Wir sind liebenswert, gerade wegen unserer Fehler und Macken. Was ist das für eine Aussage? So ein Quatsch. Wenn ich irgendetwas bastle oder herstelle und das ist total vermurkst, dann sage ich doch auch nicht, ich finde das ganz besonders toll, weil es jetzt so viele Fehler anhält. Das ist doch absoluter Unsinn. Was ist das für ein Vorschlag? Sollen denn wirklich die Leute, die Probleme im Leben haben, die sich in existenziellen Krisen befinden, vor den Spiegel stellen, ganz nah und sich selbst ins Gesicht sagen, Oh, ich liebe dich gerade, weil du so viele Macken und Fehler hast? Du bist so wundervoll? Das ist doch wirklich richtiger Unsinn. Und so etwas destabilisiert Menschen. All das ist nur ein weiterer Überbau auf das wackelige Ich und führt dazu, dass die Leute sich eine immer größere Lebenslüge aufbauen, so hoch wie der Turm von Babel. Und diese Leute werden zu gegebenem Zeitpunkt völlig kollabieren, denn sie sind natürlich instabil, wie ein Kartenhaus. Sobald sie von außen irgendetwas gesagt bekommen oder irgendetwas passiert, das ihre Lebenslüge auffliegen lässt, dann brechen diese Leute völlig zusammen. Denn es kostet doch auch eine Menge Kraft, sich so dermaßen jeden Tag zu belügen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls nicht ganz besonders perfekt und wundervoll wegen all meiner Fehler. So etwas ist unfassbar verdreht und ich finde es auch wirklich eigentlich ziemlich unverantwortlich, so etwas den Leuten zu erzählen, weil es sie in ihrer Entwicklung blockiert, weil es sie in ihrer Entwicklung blockiert. Gegendarstellung Warum sind Menschen denn sich selbst gegenüber distanziert? Warum können sie sich denn nicht so annehmen, wie sie sind? Nicht, weil mit ihren Emotionen etwas nicht stimmt, sodass man sie ein bisschen motivieren müsste mit irgendwelcher Scheiße, sondern weil sie sich durch rationale Überlegungen minderwertig fühlen. Würde etwa ein Hund oder eine Katze oder ein Vogel sich selber nicht annehmen können, sich minderwertig empfinden? Nein. Das ist etwas dem Menschen eigenes. Durch rationale Überlegungen vergleicht der Mensch sich selber mit fiktiven Parallelzuständen oder fiktiven Alternativzuständen ihres eigenen Seins und empfinden sich im Vergleich dazu als minderwertig. Dazu bedarf es das Vermögen der Sprache in Begrifflichkeiten. Dieses Vermögen fehlt dem Tier und deswegen wird ein Tier sich auch nie von sich selbst distanziert fühlen. Wenn allerdings die Distanziertheit des Menschen auf rationalen Überlegungen basiert, was ist die Lösung dafür? Den Menschen zu emotionalisieren und versuchen seine Emotionen anzusprechen mit Durchhalteparolen und irgendwelchem komischen Zeug? Nein, nur der rationale Weg führt auch hier wieder raus, indem man den Menschen auf rationale Art und Weise durch rationale Argumentation ihre Denkfehler aufzeigt. Wenn den Menschen diese Denkfehler bewusst werden, werden sie durch Verinnerlichung im Laufe der Zeit von ihren existenziellen Irrtümern ablassen. Das ist der einzige Weg, wirklich stabile, seelisch gefestigte Individuen aufzubauen. Es ist natürlich absolut widersinniger Unsinn zu behaupten, der Mensch wäre aufgrund seiner Fehler ganz besonders liebenswert. Wie kommt man auf so etwas? Also das widerspricht wirklich dem gesunden Menschenverstand bis aufs Letzte. Die Wahrheit ist vielmehr, da es nur unseren Ist-Zustand, unseren Moment gibt und alle rational vorgestellten Parallelrealitäten in Wahrheit nicht existieren. Da es also nur das eine gibt, nur das eine Ich, nur den einen Moment, nur den Jetzt-Zustand, nur das wirkliche, eigentliche Leben, gibt es dazu keine alternativen und keine real existierenden Vergleichsmöglichkeiten. Das hat zur rational-logischen Folge, dass wir als Individuen fehlerfrei sind, dass wir als Individuen fehlerfrei sind. Etwas, das keine Alternative besitzt, ist in sich geschlossen und somit perfekt. Und dieses rationale Verständnis ist auch der einzige Weg, wirklich mal voranzukommen. Leute, verliert euch bitte nicht in irgendeinem emotionalisierenden Rattenfängerunsinn. Was Menschen da draußen brauchen, die wirkliche Probleme im Leben haben, die sich selber nicht annehmen können, die sich in einer Sackgasse befinden, sind nicht weitere Durchhalteparolen, immer weiter in die Sackgasse zu rennen und mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, in der Hoffnung, dass entweder irgendwann die Wand oder der Kopf bricht. Und das richtet sich ganz besonders an all die Worttrickser, an all die Kartenzinker da draußen im Bereich Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, die Menschen in Massenseminare locken, sie emotional aufpeitschen, ihnen das Gefühl geben, man würde ihnen helfen, nur weil sie den Finger in die Wunde legen und es diese Menschen berührt. Aber Berührung ist noch keine Hilfe, sondern kann hingegen sogar zu noch weiteren Verirrungen führen. Und das ist leider in den meisten Fällen so. Und diese ganzen Schattenspieler und Kartenzinker werden auf diesem Kanal nach und nach auch noch alle entlarvt. Und dann werden wir mal sehen, was hier wirklich Sache ist.